Mein ewig treuer Jesus Durch mein ganzes Herdenleben Lass mich ziehen, Herr, mit dir Nicht um Lust und Herdenfreuden Nicht um Rumpfle ich zu dir Freu dich will ich Leiden wirken Aber lass mich ziehen mit dir Herr, mit dir, Herr, mit dir Herr, mit dir, Herr, mit dir Durch mein ganzes Herdenleben Lass mich ziehen, Herr, mit dir Trag mich durch die Bogenbrausen Durch das dunkle Tal mich führ Und zum Tod des selben Lebens Lass mich einziehen, Herr, mit dir Herr, mit dir, Herr, mit dir Herr, mit dir, Herr, mit dir Durch mein ganzes Herdenleben Lass mich ziehen, Herr, mit dir Die Bibel redet viel von heute Und wir haben gesagt, dass wir von der Bibel Die Bibel die Bibel alles von uns hört Und wir brauchen immer klar Wenn man die Bibel von heute redet Dann wahrscheinlich redet die Bibel nicht von dort, wo uns bei uns klappern wird Zum Beispiel, wenn die hier noch abgeholt haben, von der Service Da wird die Worte von heute geredet Die Person wird noch abgeholt, wahrscheinlich müssen wir dann klappern, dass heute ein bisschen Das hat heute, was wir hier bei uns haben, wo man das Blut dran pumpen wird Sie, in den Tag, das ist mit der Schmierpump, den Tag, wo die Schmierpump nicht schaffen wird mit dem Motor, dann wird der Motor plötzlich durch Dann wird der Motor auch So ist das mit uns hört, denn da wird uns hört, was abgeholt mit dem Kuhn, dann sind die Dürgen auch der hier So, wenn die Bibel von heute redet, dann brauchen wir immer die Kirche zu reden, von dem hört, was wir hier bei uns haben, was hier kuhnt wird Das ist eine Rette von sonst wird Was zum Beispiel, von der und der gesagt hat, dass es in der Technologie gibt, wo wir in der Zeit sprechen, wo wir auf Spanisch sagen von der und nach können die Menschen auch so viele Dinge anplanen. Das ist ein anderes Organus im Körper, das wir haben. Das gibt von der und nach viele Dinge, wo es eine Nähe von einer Person ist. Eine Person hat sich eine Nähe geloten für sein eigenes Kind. Das ist ungefährlich. Die Organe waren nicht angeplant von einem Körper und einem anderen. Und das ist ungefährlich, dass ein Hort wird angeplant. Das ist eine Geschichte, die es nicht gegeben hat. Das ist eine Person, die sich ein anderes Hort ansagen hat. Wenn sie sich ein anderes Hort ansagen hat, dann wird sie gefragt, Laufst du dich in der Früh? Dann sagt er, ja, ganz genau, bleib ich in der Früh. Laufst du dich in die Küche? Dann bleib ich in die Küche nicht. Dann wird sie gefragt, was heute in der Früh? Dann sagt er, ganz genau, was heute heute läuft. Dann sagt er, wenn sie erst ein Jahr nach dem Hort an den Hort an den Horten hat, dann sagt er, was kostet die Nacht von dem Hort an den Früh nach dem Lauf? Dann sagt er, was heute in der Früh? Dann sagt er, dass er ein anderes Hort gekriegt hat, von einer anderen Person, als er neu geplant hat, und er läuft durch den Hort an den Früh. Und wenn eine Bibeltheinder von der Hort an den Hort an den Horten hat, wahrscheinlich sagt er, dass er nicht das hort hat, was er nicht mehr angeht, sondern das ist das. Ich habe ein wenig studiert, ich habe das nicht selber gewusst, aber ich glaube, das ist ein Ding, was wir zusammenvereinèr plant haben. Wir haben uns zusammengekommen, wo die Dinge zurückkamen. Ein Beispiel, der Bibel redet, wir sollen unseren Nächsten von heute leben. Und die schlechten Dinge, die wir da unten kommen, auch von heute. Alle Dinge, die du und ich entschädigst, da unten kommen von uns heute. Du weißt, es ist so wichtig, dass wir uns heute prüfen, wo uns heute steht. Sprecher redet vieles Mal von heute. Wir haben eine Sprecher vieles Mal falsch, was von heute reden. Bloß entsprechen. Die Bibel redet sehr, sehr viel von uns heute. In Salomon sagt ich, in Sprichfeierträumen, finde ich, du sagst, es ist der. Merk sicher, dass du ein heute bist. Dort ist, wo dich das Leben kämpft. Hier sagt Salomon, und das ist mein Thema von dir. Merk sicher, wo du ein heute bist. Merk sicher, dass du ein weises heute hast. Willst du ein weises heute leben? Das wird die Bibel sagen. Ich will das falsch noch einmal lesen. Merk sicher, dass du ein weises heute hast. Willst du dort erst, wo ich das Leben kämpfe? Wollt ihr in diesen Dingen, der Jesus beteignen? Von der und nach, wir haben viele Menschen, in der es ist seltsam gewesen, und ich habe mich träumt in diesen Dingen, wir würden vielleicht auch wahrscheinlich, wenn eine Person, was ich das sage, wenn eine Person würde ständig schlag die Dinge reden, du würden vielleicht in den Müll schlag die Wehe rüttkommen, und so weiter, durch den Hut über die nächste Person, durch eine andankbarheit an die Person, und so weiter, dann würden wir sagen, ein bisschen mal, hier mal ab mit diesen Dingen reden, ist das. Was Jesus sagt, was in meinen Hortbarn ist, dort wird ich rüttkommen. Dort wird ich in meinen Welt, ich habe den Hortbarn wundet, aber dort, was ich in meinen Hort gefällt, dort wird mein Mühl rüttkommen. Und Jesus sagt, dass es nicht möglich ist, dort ist das, was kommt, wo es dort, wo du bänden hast. Ich sage in Matthäus Kapitel 12, einmal die Faschen lesen. Matthäus 12, 33, wird versassen, die Sache ist es das. Saat einen gauden Baum, so wird die Frucht gaud sein, saat einen schlechten Baum, und die Frucht wird schlech sein. Und die Frucht, wo ihr den Baum kann, die Schlangen drunselt, wo kann ich gaudet reden, wann die schlech sein, weil es für wovon das Hortfall ist, davon redet das Mühl. Ein gauder Mensch bin ich in den gauden Komma gaudet durch, und ein schlechter Mensch bin ich in den gauden Komma schlechter durch. Ich sage Ihnen das, an die Rechtsdache wird der Mensch Rechenschaft geben für jeder andere, die das hier redet hat. Weil es ist, dass ich in den eigenen Wehr gerecht für dich, und dass ich in den eigenen Wehr verdammt. Hier sagt Jesus, dass ich an die eigene Wehr war, wo wir gerecht für dich, und dass ich an die eigene Wehr war, wo wir verdammt wurden. Was ich dann habe, denkt, wenn wir vielleicht von der Bibel sagen, dass wir wollen, für jeder andere, das Wort, was wir reden, wo wir die Rätenschaft aufgeben. Dann denken wir so, dann soll ich vielleicht die Rätenschaft nicht sagen. Ich weiß nicht, dass wir von den Menschen sagen, dass wir nicht mehr reden. Wenn es das ist, dass ich eine Rätenschaft aufgeben für jeder andere, die mit dem ich reden darf, worum rede ich denn der Rätenschaft noch? Dann soll ich nicht reden, die Bibel redet auch davon, wie wir eine Gemeinschaft haben. Wenn wir einen ganzen Aufschnitt nehmen, dann schauen wir, woher sagt Jesus hier. Er sagt, am Anfang sagt er, Saat einen gaueren Baum, da wird die Frucht gaut sein. Saat einen schlechten Baum, da wird die Frucht schlacht sein. Er gehört das, die auch noch war, und es ist bescheuert mit ein paar Lied. Die Frühe hat er so erklärt, dass er wie war er geboren. Und der Mann, er sieht auch kein wie bekehrt. Und der Mann, der lebt ständig in Sinnen. Und die Frühe wirst er so, dass der Mann nicht bekehrt wird. Und eins sagt die Frühe, soll wir nicht in der Frucht erkannt, dass ein Mensch bekehrt ist? Ich sage, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Ich habe den gaueren Baum, um die Brühe zu bringen, die sollst du bitte mal schlechte Frucht bringen. Oder ich habe den schlechten Baum, um die Brühe zu bringen, bitte, bring doch mal gauere Frucht. Das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, mit einem gaueren Baum, du wird gauere Frucht bekommen. Von einem schlechten Baum, wird schlechte Frucht bekommen. Das wird Jesus sagen. Ich sage hier wieder, die Schlangen sind uns. Wo kann ich gauere, werden wir geschlacht sein. Magst du hier? Jesus ist richtig, der Pharisäer. Er sagt, wo kann ich gauere Dinge reden, wenn die Hibberen schlechte sind? Wenn die Kummer, von wo das Müll reden, das wird hier rückkommen, wenn meine Kummer falsch schlechte Dinge ist, wo kann ich gauere Dinge rückkommen? Das ist mir, ich sage Jesus. So, ich sage mir, dass wir ein Schirm machen, das wir wollen ein ganzes Hort haben. Weil es dich dort gibt, wie wir das Leben leben. So, wir waren an diesem Ort, von dem wir uns in den Feierpunkten im Basket betrachten, wo wir uns sehen, und das erste Ort ist, wir haben die Bischofen gekannt, wenn Jesus gesagt hat, dass alle schlechte Dinge von den Horden kommen. Da haben wir keine Worte von den Dingen, die von den Horden kommen. Und er sagt, wir haben alles von den Horden, und wir besprechen es, dass ich gesagt habe, so viele Bischofen von dem, und das erste Ort ist das. Spreche 12, Vers 20. Das muss ich mit dem Vers sagen. Spreche 12, Vers 20. Das heißt es das. Wie er böse plant, hat ein falsches Ort. Möchtest du hier? Wenn eine Person schlechte Dinge plantet. Wenn ich den Bischof plant, ich will die Schamdinge zuhause haben. Oder ich will die, was auch immer, ich will den Sinn bekommen. Oder ich will Dinge, die gegen Gott sein. Dann sage ich das hier, ich habe ein falsches Ort. Wir haben uns ein bisschen ein paar Dinge betrachtet, was die Bibel sagt, was die Spreche sagt. Und hier sage ich, es ist immer so klar, wenn das Ort nicht abrechtlich ist, aber dort, wo ich gehe, meine Pläne, die waren an den Ort anfangen. Das nächste ist, Spreche 4, 3, 4, 3, 4. Spreche 4, 3, 4. Das heißt es das. So, so gut bin lachen, kann ein Ort weiter tun. Wenn er freut, immer ist, ist er trüe und du. Hier sagt es, so gut bin lachen, kann ein Ort weiter tun. Weil die Ecke, weil ziemlich klar, von wo das falsch reden wird. Euer Ecke bekehrt wird. Euer Ecke, mein Ort hat wirklich transformiert und von Gott. Dann habe ich so viel, wie sind die 2 Stuben gefeuern. Und mit euch, dass du ein Bild 2 Stuben, bei uns die Stuben da anhören, dann habe ich mir so, so weiter weiter tun. Ich gehe roh annerlich und habe ein Schafi gesagt. Ich wollte auch nach Stani Paner, der vierten Gewaß, Eulis, ich kenne einen Schafi an und bei einerlich roh an du ihn da. In Gesten habe ich eine Person bei uns, er kommt und sagt, sie sagt zu mir. Er sagt, weißt du, diese Zeit hat sich schaflich. Aber weißt du, sagt er, mein Gott roh an dich nach. Dann frage ich ihn, woran? Was du gesagt hast, woran er roh an dich? Er hat mir eine Sache, wie war er übern, wie bekehrt. Dann frage ich ihn, was soll ich sein Leben klar haben mit dem Herrn Jesus? Dann sagt er, ja, ich war das Neb, dass ich mich bekehrt habe, und ich war das Neb, dass ich war, 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 dass ich aber danach mein Gott roh habe. Dann fangen wir an, zu erneuern, und dass wir nicht lernen, dann fangen wir an, den Speck an. Der Wiener Person wurde von clean on wie schlecht behandelt worden von seiner eigenen Pappe. Der Pappe, der hat von clean on alles, was der Jungen doet, kritisiert, die Mame schlecht behandelt hat, immer war er sein, wie der Pappe trinken doet, und der Pappe hat von clean on und ran gekiehlt. Und hier wird eine große Wund, das Tod von diesem Mann bläht, innerlich. So, du brauchst eine Heulung passieren, wann das Mann noch gebetet wird. Das Tod kann geheult werden. Der Herr Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 13, wann heute ans Frieden merkt, dann sagt er, Reich, Frieden. Wir brauchen geheult werden von dem Herrn Jesus, weil er in das Baste war, dass er geschaffen hat, wann das in den Sittungen passiert sind. Und das passiert auch von dir auch viele in den eigenen Partnern, von dir auch viele Leute, das war ja gerade bei dir auch, weil er in das Baste war, was kann geheult werden, das ist, zum Beispiel, das kann verschieden sein, das kann Pappe gegen Kinge sein, das kann der Mann gegen den Früh sein, das kann der Früh gegen den Mann sein. Aber die Baste Heilung ist das, wenn ein Mann, zum Beispiel, wenn man so ein Bisch, wenn man ein Mann gegen den Früh ist, wenn ein Mann auf einmal ins der Früh kommt, mit Ruh, mit einer Woche, Bastei, und er sagt, ich kann dich auch nicht behandeln. Ich sehe falsch, und ich ist Mann, sie in Hüchig mit dem Mann, die war es, und ich dachte, du sollst mich in der Dosen und alles, und ich dachte, dass ich sie so wird wieder in der Dosen. Wenn der Mann da aber nicht anerkannt hat, mit Ruh, mit einer Woche Bastei, und sie beten, taubt für das, dann kann das in so einer Klinschütze gehalten werden. Weil ich sagte, jetzt interessiert man, weiß es was, in diesem Fall wird das wahrscheinlich nicht passieren. Woran nicht? Weil es deine Papa noch anbekehrt. Deine Papa, das ist ein Weltmensch. Ja, hier geht in der Kug, weil es noch nicht bekehrt. So wahrscheinlich war deine Papa nicht in der Dekum, dass das keine Heilung passieren, dass hier keine Heilung passieren, zwischen dir und deine Papa. Aber dort meint nicht in der Dekum, als die Ruhm mit diesem Video. Wie kann das Ding in Jesus bringen, dass Jesus das Ding heulen wird. Manchmal bräuchte er Tid, sehr viel bräuchte er Tid, aber dort war ich, wo wir kennen, wo ein Mensch aufmerkert hat. Wir haben viele Menschen in der Ruh in der Hörbarn, in der Däupe Video, in der Schlag behandelt worden, in der Klinge war. In der Klinge sind die Städte und in der Däupe auf der Klinge gehalten. Ja, in der Klinge in der Ruh sind 40 Jahre, da hatte ich jahrelang befreit, in der Mame der Ruh zu haften der Video beim Wotofil zu heulen. Und dort kam ein einzig geheult worden, wann die Person dort das, was jetzt passiert. Wenn ein Mensch abends kommt und sagt, jetzt werde ich sie. Ich kann hier bei der Video. Und da merkt man immer ab, dass wir für das Ding beten können. Das ist gesagt, manchmal bräuchte Tid, das bräuchte einen Prozess, das war nicht 40 von einer Minute in der andere geheult sein. Gott kam dort, weil ich denke, manchmal bräuchten die Dinge Tid, aber die Dinge hatten abgedacht. Solange ein Mensch tauchen wird, konnte nicht eine Heilung passieren. Hier sage ich, dass ich gerade lachen dort, dass ich spreche, für Tieren, mein Hort rührt. Ich wollte von dem, was du reden wird. Nächstens, habe ich gedacht, wenn ein Mensch fallen wird, du hast erst zusammen, was passiert. ein Mensch wird nicht besitzt, ein Kind Gottes fällt nicht besitzt, Sprich 18, 12, sprich 18, 12, das heißt, es ist das. Er sagt, ein Mond fällt, wenn ein Hort stolz ist, wenn ein Mond entstaltet Hort hat, wird nicht büßtet, freche Kamel bekehrt, wo er sagt, er hat wie so Dinge die Menschen nicht bekannt, und er tut mir nicht mit den nächsten Person, was passiert in mein Hort ist, und dann hängt dort vor ich. Das sagt, in man fällt bloß dann, weil er schon stolz Hort auf. So das ist ein bisschen Po büßt büßt, was Sprich sagen, von woher Hort kommt hoffn, und ich sage, alle Dinge, die Pharisäer dann deuten Jesus in seine Jünger sie nicht dahin waschen und sie werden kritisiert von den Pharisäern und dann sagt Jesus in Matthäus 15 und 17 sagt es ist das Wollt nicht dass alles was dem Menschen in den und dann war er röd und den Müll röd von von Hort So hier sagt Jesus im Sajrklo Wollt nicht dass die Dinge was geäten dann dort geht ihr in Körb und geht weiter röd wo ich sage was den Arjen märten der die kommen von Hort weil es heißt von Dupan kem Mard was sagt du wenn man lesen verschnitten hier will es von den Hort kommen bei sie Gedanken Mard Euchelbruch Hierdie Stehen falsche Zeugnis und Gottes lassen reden das was ein Mensch ver er nicht wie zum Bispel Kenia haben die Körb oder wenn die Person kann er ganz abrächtig begeht die Zeit er soll sein von Jesus und er kritisiert über alles er wird besonders kritisiert über Gottes Kenia und was glaubt er sie zu sagen er kritisiert in den den sind hort er samm dinge passiert samm was arach in sin hort bern und wir würden sagen oh du bist mal kontrollieren haben andere red was in den sind hort er samm dinge und du kämpte schild du ryd du kämpt von hort von hort kom de dinge wat hier ryd kom dann ja wie manche mal dann versägt bäden hechel schien tümi an dinge menschen wo jesus sei klo matthäus 12 die schlangen brunseln wo korn kün schlacht dinge dinge kom dat sich mehlig wat ja kano in poli ze hat ne nahtet kent en naht fang dat kent on körrisch tis an dat kent es nicht maja dankbo en körrisch en dan doden se dat mal utfaschen so hat so man gemeinschaft met dat ins kent doden sam sass wer ho dat kent schwinsche bella infone gewesen en dat kent ho in schwinsche gewassen en se kent kent beten en dat kent walt frie wat wud passiert sen wun des vora ab dat kent gekiehlt hat wurschendlich wud dat kent abgewassen dat jura fiebend jura wud ne krankhet jen hortbarn assam wort wo te rohend et de denja wat i min milry kum de kum van min hortbarn waw min hortb beis as dan kent duc bwes dit min milry ek mat na transformation han en hortbarn punkt nummer eind dat nächste ek weet niski do i dacht an at satan tot trat haf to hans hortbarn se gwassen kent gottes satan haf tot trat to min hortbarn to de kum av wud min dinja av ak to ryd kum do to haf satan tot trat und wie kicken down in matthews kapitel 12 vers treu fittigen wieder du sagt jesus wann jemand den schlachten jessen hort hat und er hat den ryd treben da wurde jess verloren in hort in wald n fliegen und hort se du is von plo z fengen witz an hort treu kum na wad sa hort hat die schmack renn gefär ich und wad hat es nicht gefällt nicht gefällt dann sagt er wad sekund 7 schlacht die jester maier ho na wad kum na wad so den n treu in ebens ebens sei er behauptet nicht einer für den anderen. Die Menschen, die sich am Anfang sehr für alle halten, ich glaube, es ging ja gar nicht, es ging ja gar nicht, es ging ja für alle, das wir tun. Und bei den Menschen, das der Gemeinde anfangen, da haben wir viel, viel verkauft, da haben sie eine richtige Menschen, die verkehren, dann können die andere Menschen halten, und sie versachen sich alle Glück zu tragen, um wiederzukommen, sodass wir eine Person stehen für den anderen. Wo ich in einem neuen Video in Ananias, in Safira, wahrscheinlich werden sie verkehren, bitte ich, ich weiß nicht, wo ich, sie haben ein Bildland, und dann verkaufen sie das Bildland, und wir uns in Hechel schienen, dass das Jahr von dem Bildland wurden sie ganzen Gemeinden entgegen. Bei den Anzeichen steht in der Apostelgeschichte viel verstreu, du sagst, Petrus, es ist das, dann sieht Petrus, Ananias, wo kommt dort, und so tun die Horde so unterhalb. Und dann sagt er wieder ein Weitswort, du hast nicht Menschen vergelogen, sondern du hast den Helden Jesus vergelogen. Wo kommt dort, sagt Petrus, Ananias, die hierste uns, wahrscheinlich wie Ananias bekehrt. Hey, wie war das, wahrscheinlich. Aber Satan hat tot gekriegt, Ananias in Horde. Ja, und Ananias leuchtet sich vielen von Satan. Und dann sagt Petrus, wo kommt dort, dort die, die Leute von Satan zu anflisten. Wo kommt dort, dort die in Horde, das ist das, was. Und wir wollten, die Petrus sehen, hier, wo du sterben, hier starb, und dann, hier nicht lange, da kommt Saphira, und dann, wo die Petrus Saphira auch, stimmt, da, die für das jauelt, das steckt lang, für Gott fahren, was ist Saphira. Ja, das stimmt. Und dann, das ist dein Mann voll, was durchgefahren. Da brauche ich in den Daut. Du, wenn in Sachen Sprüche, Feuer verstreuen, finde ich. Merk schuld, dass du ein weißes Horde hast, weil sie den Horde kommt, das Worte leben. Merk sicher, dass du ein abreiches Horde hast, weil es von dir kommt, das Wörter hier rührt. Weil ich dort, dort, dort Peitrus, ich ein Tief, und ich dort lese, dann dachte ich immer, wow, was ist das denn, was, da wir uns von dir gleich versinken, wenn wir nicht, wirklich ein doll jauelt nennen, in der Gemeinde. Ich dachte immer, war das Ananias, der Sinn, wird heute nicht, das ganze, der ganze Sammjauelt hat neugetut. Und Peitrus sagt uns einmal, so ja klar, dort wird nicht der Sinn. Also, wird nicht den Lohn, küsst du mit dem Jauelt nicht, was du wirst, wo du Trübelst, du wirst, da haben wir auch ein Heichel schien. Wir haben von dir, in vielen Kürten, haben wir viele, viele Heichler. Ich merke ein Heichel schien, ich bin die Wahrheit geboren, ich merke ein Heichel schien, dass mir alles in Ordnung steht. Ich merke ein Heichel schien, dass ich ein Leben sehe, ja, ich sehe, du bist ein Mautja Bruder. In mein Hohat schrien viele Menschen in Weideau, mit Sinnverstärkung. Ananias habe ich ein Heichler. Ananias habe ich ein Heichel schien, yes, hier ist es. So, wenn wir uns sicher märten, dass Gott lässt sich nicht spätten, Sprecher 21, 2, wie sagt, jeder Morgen läuft heute der Trachte, Gott über Kürt nicht in der Hohat. So, denn er kann, so ein Heichel schien märten, es wie wir auch, Gott kürt hier, und ich kürt. Was meint der Mann dort? Stimmt, aber den Sinn Mühl in der Hohat, sei nicht. Das ist die Dinge, die kommen von den Hohaten. Nächste Punkt, Punkt Nummer 3, und wenn wir kicken, dass Satan auf Todtretter ans Hohat, und alle schlechte Dinge kommen von ans Hohat, Salomo sagt sogar, euer Sinn passiert, als der Hohatbandel passiert. Euer echte Sinn in der Tod, als der mein Hohatbandel passiert. Das wird Salomo sagen, denn. So, wenn es dort ist, dann ist es wichtig, dass die so gesungen, seine Staffel gesungen wird. Wenn wir kicken, nach David, hier sagen wir, Psalm 119, und ich will kicken, wie du sagen, das war, ich habe eine bekannte Falsche. Ich brachte die letzten, an die Kürze, und ich habe sogar Angst, manchmal diese Falsche zu beten. Warum? Weil es David, so ist es, warum soll man sagen, was er sagen, Gott sei immer, wo er mit mir steht, und er sieht mein Hohat, und probt mich aus, und sei, wo er das mein. Und sei immer, dass ich den Bösen wachse, und lebe mich ab den Oben wachse. So, David kam mir vor Gott, und er sagt, ich soll einmal, wo er mit mir steht. David kam endlich vor Gott, als wenn er einen Doktor fuhren. Ich komme vor den Doktor, und sage, ich weiß, ich soll, ich soll mich mal analysieren, und ich habe mich von irgendetwas bohren. Ich dachte, ich werde mich ganz stark, und ich kicken, und ich sage, ich habe eine Plage, und ich habe eine Plage, und ich habe eine Plage, was du nicht sollst sehen. Aber ich glaube, wenn du und ich mit einem Doktor fuhren, und der Doktor würde ihm sagen, ich habe deine Leber nicht gedacht, und du hast eine Plage. Und wenn du warst putz, Perlenbrocken, dann wurde die Plage geheult worden. Ich glaube, du und ich würden sagen, er warst du putz, ich wollte, du läufst dich hier, und du wirst eine Plage annehmen, weil ich will nicht in das Storben. Wenn du und ich waren für Gott kommen, Gott ist trünen, und ich glaube, Gott, was kriegt es dort. Wenn du und ich waren für Gott kommen, wir würden sagen, du musst mich durchdachen, und ich kenne, was ich das meine. Und dann sagt, das nächste, was David sagt, das zweite Ding sagt, ich sehe mein Wort. Wenn du und ich waren für Gott kommen, wir würden sagen, Herr, das muss ich mein Wort nennen. Von hin, von der siehe, von fern, dann kenne ich es in mein Wort, dass so ein Ding sein muss, dass du nicht reich sein. Und wenn Gott uns das Wort wiesen, dann wird der Gott sagen, okay, wann du deine Sünden bekannt hast, und du hast die Aktrein gereicht, du hast es damit sehen, was Gott anbieten wird. Er sagt, mein Seen sind bluthaft für dich gerannt. Du kannst auch bekannt, und du kannst eine Vergebung haben. Wenn wir den Doktor verändern, der Doktor würde sagen, hier hast du eine Plagebein, das wird die Tremdote führen. Ich glaube, wir würden sagen, was kann ich tun? So soll wir für Gott kommen. Und ihr seht mein Wort mal, proben uns das so falsche Dinge in meinem Wort sehen. Und wenn in meinem Wort so Dinge sehen, was du nicht reichst tun, dann wies mich dein, dann leh mich auf den Augen weg. Dafür sind die Bete, als ich kippe mal her, ich werde wirklich für dich anstunden. Wenn ich sage, ich habe mir Angst, ich habe diese Faschen beten, ich habe manchmal gebeten, aber worum ich sage, dass ich Angst habe, David sage, proben wir mal aus. Dann habe ich mir einmal gesagt, wenn Gott mich ausprobieren, was ich gerannt habe? Sie gerannt? Wir wollten, wie Gott Abraham proben hat. Mit Isaac. Abraham ging danach. Er ging. Und David sagt hier, proben wir mal aus, wie ich das meine. Kieke mal. Und weißt du, was Gott? Wenn du solle Dinge werden erreicht sein, dann leh mich auf den Augen weg. Wie ist mit euch? Ich will Böse tun. Ich will wirklich ein reiches Leben für die Vieren. Ich will die Dinge mit einem reinen Hör tun. Das, was David sehen, sehen wir hier. Was ich in Gott kieken und hört. Und wir sagen, so ja klar, als Gott sich David gewählt hat, und fing mit ihr zusammen, und saß die in Verschach, durchkommt Salomon und David seine Familie. In Salomon du wirst es du in Exen. Wir haben in den Nieden kieken ziemlich öterlich. Darf ich nicht? Ich glaube, wir tun. Ich glaube, wir tun. Aber dann teile ich mir damit an. Wir kieken öterlich, wo sind die Menschen, und wenn die Sohne sie sind, können wir vielleicht ein Prediger sein. da waren die lange Mäbenhafte und vielleicht ein Singer. Salomon, wie hieß es dort? Salomon, ich kieken die Beine, und David zieht die Breite, und dann sagt der Kieken, das macht er Sinn. Und dann sagt Gott, weißt du, rechte nicht, ohne wo Gräuter ist, und kieken nicht, wo den yterlich sind. Ich sage, die Menschen kieken yterlich. Akubar kieken in Hort. Und Gott hat sich David gewählt. Und wenn Gott sich David hat, gewählt, hat, wie Wuram, David wird ein Gottesfächer Mensch. Wahrscheinlich wird David ziemlich klein, wie er Gottesfächtig, und er hat Vertrauen an Gott. Wir sagen, dass David ein Satz hat, wenn er nicht macht, das Volk, und er ging vielleicht seine Breite, und er macht, das Volk Israel, vielleicht wieder noch ziemlich jung, und dann aber ein zählt, oder Dessen, verlässt der Spart über Gottes Volk, in der Gott Gottesfächtig, wird entschieden, er sagt, weißt du, Gott, der Gott wollte mir von dem Leben raten, der Gott wollte mir von dem Boa raten, der Gott wollte mir von dem Verlust raten, und er ging in das Verlust und voll Vertrauen Gott wollte mir halten. So ein Hort, hat David, er Gottesfächtig, und er hat einen Verlust und sagt, weißt du, Gott, ich kenne mich, wo es steht. Dach mir mulderich, jeder Schätzlge, wo ich in Hort habe, kick du mon an, oder weh, und wenn in mein Hort so was er ist, dann weiß mir dort, dass ich komme bose da, will es nicht schaun gohn. was du an, was Gott kommen und wir waren die Gott sagen, hier sie ich aus bekehet oder an bekehet wir waren für Gott kommen sein, kicken mit her hier sie wie es mir war dass die bin mein do wie du mir war du mir an kicken das will es act lovus mensch ex kaut aber her bis dem im mor sie ich kinn gott es und wank kinn gott sie stu ag rach in den eugen er zann in min hort nach sam dinge wort ritzel zann min hort nach sam dinge wo ich Ich will das nicht ändern. 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 Wenn wir in der Vertriebe von Gott kommen, dann wird Gott uns sicher gewesen. Wir haben einen sehr gerechten Gott. Er wird sicher gewesen, wenn du dich in meinem Leben stehst. Das Tränen ist 1001. Gott sei mir, wo ich bei mir steht. Und er sieht mein Hort und probt mich aus, wo ich das meine. Ich will das nicht ändern. Ich will das nicht ändern. Wenn du in deinem Leben stehst, dann kommt Gott und sagt, hier sehe ich, dass du mich prüfen und wiesst mich mal, wo ich das meine. Punkt Nummer 4. Wenn Gott uns gewusst hat, dass wir schönste Dinge haben, dann kann wir die Dinge bekannt. Gott ist zu ihnen gerag. Er hat uns die Dinge gewusst und er hat uns die Dinge, weil wir in Bosnien waren. Gott war mein Hort anderen. Punkt Nummer 4. Aus Kenia Gottes, finde ich, viele Menschen, ich wollte nicht einfach frei sein. Vielleicht sind hier mehr Menschen. Aber ich wollte nicht frei sein, weil es vielleicht, was du in der Person steht. Und ich weiß, das wurde auch gekriegt, und vielleicht sind die Menschen, die leben in diesem Leben. Und ich denke, wie schönlich sind wir. Von daher habe ich viele, viele Männer, die vor und immer waren im Porno. Viele Menschen sind gefesselt im Porno. Viele. Und ich habe mit mehreren Personen geredet, die sagen, sie steht, wenn ich das nicht will, dann bekomme ich, dass ich am nächsten Tag denkt darüber, warum. Das ist ein Porno, wo es verschiedene Dinge gibt. Ich habe mir ganz vergenommen, dass ich das schmecken, nicht ganz frei, nicht schmeckig wäre. Ich habe mir vergenommen, dass ich nicht mehr trinken würde, nicht trinkig wäre. Ich habe mir vergenommen, dass ich mein Leben, nicht mehr trinken würde. Viele Menschen. Ich gehe fritags, soviel Tag, eine Person, wo du abreichst dich, ich denke, dass du ganz abreichst dich bist. Und jetzt ist das. Ich nehme mir, dass ich noch nicht so sehr fahre, ich warte nicht mehr, und dann nächsten Tag, ich denke, warum. Warum. Weil wir schauen, warum. Ein Ding ist, dass ich mich nicht von Gott läden. Wir fangen dort in 1. Korinther 50 und 57, wo Paulus sagt, Gott soll dir dankbar werden, weil es der Jesus kriegt wie sich. Jesus, der von sich. Und das zweite Ding, das wir in Dünner gebrochen haben, dort ist, eine Worte und Schädung nehmen. Viele Menschen nehmen von dir eine Hieber und Schädung. Ich habe recht mit Porno gekochen. Das passiert hierbei. Nächsten Tag, wenn es ihnen heute noch nichts passiert ist, wenn es keine Ahnung, das passiert ist, den nächsten Tag. Viele, viele Männer. Und vielleicht sind hier Menschen, die Männer da gehen, weil sie da machen, etwas anderes passiert ist, und sie hören. Und sie brauchen hier, eine Worte und Schädung zu nehmen, dort nicht mehr. Und sie hören. Darum war sie sicher. Wir haben uns in Klima den Bischofen betrachtet von Daniel. Daniel, als sei in Babel für das Laufieren, oder sei wir in Babel, dann, ab eins hat sich, aber kein nächster, er hat sich, er hat einen großen Stahl gemerkt, er sagt, wie da ich meine, hier ungefähr, drei Meter breit, und er sagt, guck mal, wir waren hier, wir waren hier Späler, Späler, und wir waren hier Späler, und so, dann sagen die Männer, alle Menschen, die hier sind, die wir waren, vielleicht düsende Menschen, ich weiß nicht, wie viele Menschen, die wir waren, die Männer, die sagen, feldet ihr Stahl, dann sagen sie, das umbeten. Was ist denn oft? Weil jetzt Daniel, in seine Freunde, dass sie sagen, dass sie es dort tun, dann hat Daniel sehr klar, ich war das nicht tun. Ich war nicht. Ich war das Stahl, nicht umbeten. Er hat hier eine Herzenssache, wo ihr seht, das wird nicht passieren. Wie für Gott, und wie sie entschieden, ich dort nicht. Weit ihr, und es ist keinig, dort ist auch, dass die nicht, dann kommen sie, dann kommen sie, für Daniel, und seine Freunde, dann sehen sie, wenn die dort nicht waren, wenn die diesen König nicht, wenn die dort gestohlen und nicht anbeten, dann waren wir in den Ofen, und wir haben befehlt, und sie wurden in den Ofen eingeschmitten worden, und wenn sie nach hierher kommen, dann sagen sie, wir waren in den Ofen, sie sehen, wir hatten das gewöhnlich. Wenn die dort nicht waren, dann war wir hinten anzuschmitten. Daniel sieht, wie ihr wollt, weits wahrscheinlich, Gott kam mir von den Ofen nicht nachher, ich wurde danach nicht da, und wenn Gott mir nicht wird raten, ich wurde danach nicht da, habe ich entschieden, und was? Ich da ein Gott mit einem ganzes Hort, mit einem abbrechenden Hort. Dort ist ein Ding, dort wird es entschieden, die nehmen hier, wenn es entschieden hat, eine Herzenssache, merkt, wie wir an Gott haben, abbrech dich da hin. Ich war der Sinn, nicht frechnehmlich, und dort wird es nicht verstanden. Wenn wir das in den Hort waren, vor ich mir, merkt Gott in der Haut, dann käme ich sich an. Wir sagen auch, Daniel wahrscheinlich von ganz von Anfang an, das ist das Lauf hier in der Babel, dann wird er gesagt, sie können von den Wien essen, sie können von dem Fleisch essen, was alle machen, was die König essen, und der jüdische sagt, sie sieht das aber auf, sie können das nicht tun, und Daniel sagt, das sagt Gott, wie wir mit ihren, und Daniel sagt, wie du, oder was kann ich tun, willst diese Dinge an sich ersetzen, sagen, wir können das nicht tun, und heute haben eine Entscheidung, die wir haben heute, wir wollen das nicht tun, und Gott wird mit ihr, und Gott ist schon am Kopf, und heute hat das nicht. So, wenn du ihn einfach an sichern, dann brauchen wir hier werden, in der Herzenssache immer zu sein. Und ich würde mich an den Punkt kommen, doch, ich mag das besser, wovon Menschen von dir, aus Kinder Gottes, für das Lauf sein in den Sinn, aus Kinder Gottes, oder nicht aus Kinder Gottes. In der Bibel sagt, die Dinge kommen von heute, und wir sind heute, in Ananias, dass Satan auf Tod trägt, in uns heute. So, wir brauchen das zu werden, wie gesagt, die Bibel sagt, dass du einen abreichenden Tod hast. Wenn du einen abreichenden Tod hast, 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 wenn du einen reichen Schädel hast, dann wird das nicht passieren. So, wir finden das in 2. Quarantik, 3. Vers 5, wo Paulus sagt, den Brief gibt mir selbst, und ihr seht, dass sie ihren Glauben stünden, er erweicht dir selbst nicht, dass Jesus Christus in Günder ist, weil es nicht ein heiliger Versag ist. Wenn wir Versagen dann, dann sollten wir uns für die Wurstowien Stoig abreichend mit Gott, sehr quälig abreichend mit ihm, und wenn es voll ist, dass wir vor Gott kommen, in Gott wissen, ob uns die Dinge in Ordnung sind, dann sagt uns die Bibel, dann ist Johannes ein Verschneiden. Wenn du deine Sünden bekommst, dann ist Gott trüe in Gerachen verheftet dich. Und wenn du wirst Gott freuen, er will ihn heute ändern, er will ihn heute transformieren, Gott wird ihn heute transformieren. Dazu denkt, was Gott verspricht, und er wird er tun. Er wird er sicher tun. Was du und ich, brauchen dich mit dir zu sein. Manchmal, wir glauben vielleicht, dass eine Hochmitte kommt vielleicht, ohne kleine Kleider und so wieder, wenn er dich mit, er eine Hochmitte ist, in den Worten gewöhnlich. Wir haben viele Hochmitte Menschen, die sind ganz dunkel aufgetragen, aber sie waren nicht bekannt, dass sie erreicht sind. Hochmitte, ein Mann, er läuft jetzt in der Mitte, in der Mitte, und er wird nicht zu sehen, und sagen, kein Mann, aber das Mann hat ihn erreicht, und er hat mich vergeben. Weil ich war sehr klar, als er mich bekehrt hat, dann einen Tag habe ich in der Klasse von Herrn Friesen, und er sagte, dass er sehr viele Hochmitte ist, wo er nicht bekannt ist, wo er nicht bekannt ist, und er wusste, dass ich das ganze Jahr mit einer Hochmitte ist, und er wusste, dass ich das ganze Jahr mit einer Hochmitte ist. Aber ich habe eine Hochmitte, aber ich habe eine Hochmitte, und wahrscheinlich hat sich das ein Teil geschlossen, zwischen mir und mir, und ich habe eine Hochmitte, und er sagte, dass er nicht mehr und ich habe eine Hochmitte, und er sagte, dass ich das ganze Jahr habe, und er dachte, dass es mein Herz ist, dass er mich an, mit all das Ding muss man fixen, und er sagte, dass er das Klasse hat, dass er auf den Seuerfeld hochmitte vor ist, und er sagte, dass er in der Klasse und vor einem Haus war, und er sagte, dass er nichts ist, meine Frau. Und er sagte, dass er das erste Mal, er sagte, dass er das Bede auf, und er sagte, dass er ein Föder nicht recht behandelt hat, dass er mich vergeben hat, dass er mich vergeben hat, und er hat mich eine Feindung zwischen mir und meinen Dörtern. Und vor allem müssen wir sicher sein, dass wir ein rechtes Herz haben. Wenn es die Dinge, die du da ist, kommen von deinem Herz. Wenn du ein Hochmitte Herz hast, dann passieren die Dinge, die du in deinem Leben hast, Wenn ihr hört, kommt der Trubel. Wahrscheinlich waren die Menschen mit Menschen getroffen, und die wollten die Menschen sagen, du musst sie bloß mal ändern, versichst du bloß mal die eigenen Rede. Hier bloß mal ab und fliegen, hier mal ab und legen, sieh, du wirst nichts passieren. Wenn die eine Person ständig fliegen, und die wollten zu mir sagen, hier mal ab und fliegen, dann kommt sie an der Ecke an den Müll zu baten, wobei ein Müll war, wo er in den Kumpel fliegen, weil sie sagen, mein Hort beim Essen ist weg, und er braucht eine Transformation in mein Hort, und mein Hort braucht eine Änderung. Weil Jesus sagt in Matthäus 12, wo er in den Hort, wo er in den Hort voll ist, dort wird er in den Müll rutscheln. So du in den Ecke und sagst sie, dort wird er in den Hort haben. Zum Schluss, Psalm 51, verstehe, der Plattische sagt, der Körper, aber der Hüchte, der Spanische, der sagen, du Hort, hier hat David rutsch, und die Bede hat, Gott sei am Rennen, und dann sagt er, du verstehst du das, sodass ich mich freien und froh sein, dass mein verbreitender Körper, und der Hüchte, würde ich sagen, dass mein verbreitender Hort sich freien kann. So, David kam hier vor Gott, und hat seine Sünden bekam, er kam mit seinen Sünden, und dann sagt er, der Herr, die heulen mich. Doch mein verbreitender Hort war, dass er geheult wurde. Wenn du und ich waren vor Gott gekommen, Gott wollte uns heulen. Wobei, ich war liebens mit mir an, dass manchmal, du brauchst, vielleicht brauchst du den Sollsäuer, vielleicht brauchst du, du brauchst jemanden, wo man die tun kann, über das Ding beten, in die Ruhe geben, und du kannst heulen kriegen. Jesus sage ich, wenn du Sein Gottes in Frieden merkst, dann sei ich reich frei. Das, was wir brauchen, dass Jesus das Frieden merkst, in den Hort, dass wir Sächer merkst, in den Schuld merkst, dass wir ein abreiches Hort haben. Zum Schluss noch mal den Falsch, wo ich den Anfang gehöre, ich spreche vorher 23. Merkt sicher, dass dein Hort weiß ist. Dort ist, wo euch das Leben kämpft. Merkt sicher, und ich will jeden ein, was hier ist, ich will die Mautmärten. Merkt sicher, dass du ein abreiches Hort hast. Merkt sicher, dass du in den Hortbären eine weiße Person bist. Und du wirst sich haben, und du wirst einen großen Segen haben. Ein Oberster kam ein zu Jesu bei Nacht, und frug, was zu Erben des Himmelreichs macht. Da sagte ihm Jesus die Antwort ganz fein, ihr müsst neu geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren, geht ewig eins verloren. Drum höre des wahrlichen Christo gilt nur, eine neue Kreatur. Wir lieben, wer möcht nicht des Himmelreichs sehn, und droben zur Rechten des Vaters einstehn. So hüte ihr Wollet aus Erben hinein, ihr müsst neu geboren sein. Wer nicht aus Gott geboren, geht ewig eins verloren. Drum höre des wahrlichen Christo gilt nur, eine neue Kreatur. Das war, geht und bleib, Wie erler. Das war, Non. Das war, ich wende alles für mich. Das war, ich war.